Und damit herzlich Willkommen bei The Walking Dead Season 2 Episode 2. Wer noch nicht die letzte Episode gesehen hat, der kann gerne auf meinem Kanal die Nummer angucken. Schleichwerbung, Eigenwerbung für The Win, jetzt starten wir aber gleich. Ich bin schrecklich. Ich bin schrecklich. Ich bin schrecklich. Ich bin schrecklich. Wir wissen, dass sie mit Carver arbeiten können. Also, wenn du dich auf dein eigenes Leben bist, was ist dein Plan? Ich denke, dass ich weitergehen kann. Du bist hier, wenn du willst. Jesus, Mary und Josef. Ich bin schrecklich. Du bist Carver. Was machst du? Wer ist Carver? Du warst in den Wald mit Christa. Bitte. Ich bin schrecklich. Ich bin schrecklich. Ich bin schrecklich. Ich bin schrecklich. Ich habe mich verloren. Ich habe mich verloren. Dammit. Gott, das! Kommt hierher. Ich komme hierher. Dammit, du gehst deine Arten hier. Nick! Hold on! Nick! Gott dammit! Nick! Wir müssen gehen. The Walking Dead! Well, they shouldn't be able to get through that. On the downside, we can't get through them. What are you looking at? Sterling ain't polite. Come on, Hope's. What are you going to do? Hand me that there. Beste Möglichkeit. Wir geben sie mir einfach, ne? Die Säge. Yay. Bleed out like a stuck pig. What are you going to do? Carry me out of here on your back? Hell. Just... Just give me a minute. Try to get some rest. There is a lot of stuff in here. I'll try to find something to help. Wir haben uns schon immer zu helfen gewusst. Ich mach mal kurz die Tonlage ein klein wenig höher in-game. w Plugin im There is actually infected. Also he is... I mean, there is... ... ... ... ... mal gekratzt worden. Okay, die Tür machen wir nicht auf, aber die Tasche, da gucken wir. Eine Uhr? Flasche. Was ist da? Nicht so viel. Hier. Danke. Wenn es ihm schon scheiße geht, kriegt er wenigstens das Wasser. Oh, wir können losfahren, da stecken die Schlüssel. Oh. Was ist das? Okay, so schnell könnte ich nicht übersetzen. Können wir nicht hier die Scheibe anschlagen? Wir haben noch einen Hammer dabei. Das habe ich doch eben rechts gesehen. Und gerade vorne raus? Ach, Radio. Ich will die Scheibe anschlagen. Okay. Aufgeschissen. Stopp, da ist noch viel mehr. Na, komm. Ich kann das verstehen. Er kriegt eine Zigarette. Ich will die Scheibe anschlagen. Ich will die Scheibe anschlagen. Ich will die Scheibe anschlagen. Vielen Dank. Wir sollten uns irgendwie bewaffnen. Da ist die Säge. Es sei nicht tot. Das sieht aber, das sieht nur gesund aus. Oh, verdammt. Ich fühle mich wie 10 Euro in einem 5 Euro in einem Sack. Jesus. Ich bin in dieser Kahn den ganzen Tag. Ich bin in dieser Kahn. Ich bin in dieser Kahn. Ich bin in dieser Kahn. Und ich will nicht sterben. Ich habe nie gedacht, dass ich das Kind der Idiot sein würde, um so etwas zu sagen. Aber da ist es. Ich bin Angst, Clementine. Jesus, ich bin Angst. Was fühlt sich so? Es fühlt sich so... wie ein Röp ist, um meinen Nacken. Ich bin immer knackig. Es fühlt sich so, dass ich... kann... 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 breathieren. Würdest du... würdest du mir wünschen, dass du nachvollziehen kannst? Ich liebe diesen dummen Kind. egal was du denkst. Er ist ein guter Mann. Der ist auf sich allein gestellt. Das ist doch sowieso nicht. Er ist auf sich eigen. Wie alle anderen. Ich bin fast ein Tag. Ich werde uns nicht finden. Wo gehst du? wo gehst du? Ich werde nicht raus. Du... musst... einen Freude machen. Ich brauche dir ein bisschen Zeit. Okay, ich lasse ihn gehen. Der kann die ruhig aufhalten, oder? Danke, Pete. Du gehst vor mein Geheimnis jetzt, oder? Du gehst mit meinem Bein. Und den Weg nach den Lagen. Du gehst nach dem Schild. Du gehst nach die Runde. Du gehst nach dem Schild. Und dann gehst nach den Häusern. Du gehst nach dem Schild. Ich bleibst nach dem Schild. Okay. Hotkey Action. Clementine, are you alright? Luke's not with you? Where's Alvin? What happened? It's been hours. Where are they? Clem! Pete got bit. What? What happened? Walkers. My God. Where were you? Where were you exactly? Down by the stream. We gotta go. Just hold on a minute. My husband is still out there. Get the guns. Luke and Alvin went out looking for you. I told them not to go. Damn it, Luke. Clementine, can you please watch Sarah? She's upstairs. Just distract her. And don't tell her anything. She gets nervous. I'll take care of her. You can trust me. Thank you. You'll be safe inside. Just don't open the doors for anything. We'll be back soon. And thank you. And thank you. I found this under the house. There was all kinds of old stuff. It's so cool. Take one of me. Come on, take one of me. Please? Okay, come, we're knipsing a photo. Sure. Get me in a good pose, okay? Okay. Okay. I'm ready. Take it. Huh? My face hurts. Come on. Na? Na? Noch ein bisschen mehr. Wie der Joker. Come on. Okay. What's wrong? Uh, where's my dad? Clem, you're scared. Hey. I'm... He'll be fine. Are you sure? Sorry, I... I just need to... You want to see what I found? Will you show me how to use it? I couldn't find any bullets. If something's wrong, I should know. What if I have to use one? Nobody tells me anything. As long as you don't tell your dad. I won't. I promise. First, remember, it's just a thing. What does that mean? Um... I don't know. I thought it'd be heavier. Okay. What do I do? The most important thing is, when you go to shoot, take a breath before you pull the trigger. Not that big. What should I shoot? Don't do that! Sorry, sorry. Maybe I could practice outside. There's that tree. Hey, look back! Oh my god. Oh my god. Is this just... I hope... Yeah. That's not a shabby. Right. I threw a wruh. That's not a shabby. Yeah. No way. I'm making you guys laugh now. Da hat es nicht alle gebissen, die nach ihm gesucht haben. Das ist nicht Luke. Clem, ich glaube, ich kenne ihn. Er kann mich nicht sehen. Du musst ihn wegziehen. Versteck dich. Geh und find einen Ort, um zu schützen. Wo? Hallo? Clem, ich kann nicht berühre. Ich kann nicht berühre. Shhh. Hallo? Hallo da. Raus hier. Ich hab eine Knarre. Geh raus. Jetzt. Ist das, wie dein Vater dir taught, dass du einen Nachwuchs gegründet hast? Ich habe eine Schuhe. Eine smarte Mädchen. Ich würde auch. Aber ich bin kein schlechter Mann, honey. Ich versuche dir das. Meine Familie und ich haben einen Weg nach dem Rennen gebaut. Ich bin mir ein bisschen überrascht, dass wir uns noch nicht in den anderen rennen. Was ist dein Name? Wie ist dein Name? Was ist dein Name? Mein Name ist Georg, honey. Okay, wir haben eine große Gruppe. Ich könnte viele Leute in da. Wir haben eine große Gruppe, viele. Oh? Wie große? Bezüge. Sie werden bald wieder. Und sie haben dich hier allein. Sie müssen dich vertrauen. Ich werde den Weg gehen. Ich bin da, um meine Leute zu suchen. Sieben von ihnen, um genau zu sein. Sie haben eine lange Zeit, und ich bin froh, dass sie sich verletzt haben. Vielleicht hast du sie gesehen. Ein paar Farm-Boys und ein altes Mann. Sie sind tot. Der glaubt's nicht. Ich bin froh, dass sie sich verletzt haben. Es sieht aus, wie ein verdammt Tornado weggegangen ist. Bist du, wie, nahi von zehn Leuten mit dir? Mehr. Ich nehme das. Es war ja klar, dass es nicht klappt. Du weißt, du bist wirklich nicht sehr politisch für eine kleine Mädchen. Und du bist nicht sehr politisch für ein Adulter. Das ist meine Haus. Gute Punkt. Oh mein Gott. Ich dachte, du sagst, niemand ist hier. Niemand ist hier. Oh shit. Ich sagte, niemand ist hier. Es sieht so aus. Ich meine, du sagst nicht zu sein. Ich könnte dich einfach hier mit einem guten Wissen, wenn jemand auf dich herumschlägt, richtig? Ja. Ich bin sicher. Wer ist das? Ich habe sie nie gesehen. Du hast keine Idee, wer diese Leute sind, oder? Ich weiß nicht, was du sprachst. Lass mich dir das fragen. Als du sie kennengelernt hast, wie viel sie dir vertraut haben? Ich denke, dass ich dich genug genug beschäftigt habe. Ich kann mich selbst rauslassen. Nicht zurück! Du hast jetzt einen wirklich guten Tag. Wo ist er? Er ist weg. Was, wenn er zurückkommt? Wir müssen die anderen finden. Wir können nicht rausgehen. Clementine. Sarah. Sie sagten mir über Pete. Sie wissen, wo er ist, oder? Los geht's. Ein Mann war hier. Was? Was hat sie gesagt? Er ist auch nicht aufgemacht. Was? Clementine hat mit ihm gesprochen. Und du hast einfach die Tür für ihn geöffnet? Calm down, Rebecca. Calm down? Ich bin calm. Du calm down. Du calm down. Ich habe nicht öffnet die Tür. Er kam einfach rein. Sie sagt die Wahrheit. Er sagt sein Name? 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 Er ist vielleicht nicht er. Er ist vielleicht nicht aufgeregt. Er hat sich nicht aufgeregt. Er ist vielleicht wie alt. Die Weise ist? Er hat sich nicht aufgeregt. Er sagt sich an dich, Vater. Sie sind nicht zuhörbar. Sie werden sich nicht zuhörter. Sie werden nicht zuhörter. Ihr Vater ist der wichtigste Mensch, das ich weiß. Das ist Grund, warum er nicht zuhörter. Oder nicht sohörter. Oder nicht sohörter. Sie weiß, dass sie schlecht ist, Frau. Sie werden das oder sagen, was tun uns zuhörtern. Was denkst du? War er wieder zurück? Er sah eine Bildung von mir. Eine Bildung? Was hast du gemacht? Carlos. Was? Du musst ihn aufhören. Du schaffst deine Frau. Ich habe die Bildung. Es ist meine Schuld. Nein, ich habe sie gefragt. Es ist meine Schuld. Sarah. Er war schützend. Wir haben Glück. Er war nicht erwartet. Clementine muss ihn erinnern. Sie hat nicht da. Er war zu smart, aber er wird wieder mit dem anderen. Wir haben nicht viel Zeit. Er ist richtig. Alle, packen Sie. Wir gehen jetzt. Alvin, warte! Wir gehen jetzt. Wir müssen jetzt weg, Frau. Bevor er wieder mit mehr Schmerzen kommt. Aber es wird okay. Wir gehen, deine Dinge zu holen. Und was er will? Wir bringen uns zurück. Clem, ich weiß nicht, was er sagt. Aber William Carver ist ein gefährlicher Mann. Er ist die Kampen nicht weit weg von hier. Und er ist sehr smart. Wir sind Glück. Ich bin froh, dass du dich entspricht. Aber jetzt, dass du dich gesehen hast, und du bist sicherer mit uns. Wir müssen weg. Wir müssen ihn finden. Wir müssen ihn finden. Wir werden ihn auf den Weg raus finden, Nick. Clementine. Du weißt, wo er war, oder? Ja. Alles klar. Alle, holen deine Sachen. Lass uns den Weg hin. Aber das ist doch ein Fehler, das Foto zu machen. Hätte es besser nicht gemacht. Schon okay. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. And then I'm in real trouble I can handle it I'm not a little kid I felt the same way when I was your age My dad was always giving me shit And I always thought He didn't know a damn thing I know you did your best back there You know, none of us would make it on our own Sometimes it's hard knowing just how dependent I am on everyone I'm not used to that I'm not comfortable with that I'm supposed to be a mom soon I guess I need to work on my patience Alvin and I still don't know what to call her Or him if that man gets his wish God help me Any ideas? Clem? Vielleicht hat auch der überlebt There That's where we were He's not in here This was the last place I saw him Maybe he's around here somewhere Keep your eyes open And stay in sight Oh oh Uncle Pete Why can I Liegt er da? Pete Oh my God What happened? What the hell happened? He's been shot He didn't have a gun Who did this? Son of a bitch We need to go He's gone Neaki'i He's gone We gotta get moving Come on, man Er hat mein Leben gerettet Wie soll's denn gewesen sein? He saved my life Well, that was That was Pete I'm sorry I'm worried about that kid Keep an eye on him for me Would you? You sure he still Want to come with us? Look I know we got off To a rough start And I can't make any promises It won't get rougher But we all know you now We may not be perfect But we look out for each other Yeah I'm with you guys And we are glad to have you Not everyone is Well They'll get there I figure we got about Four or five days To reach those mountains Now if they're tracking us We should be able to lose them up there Five days? It's gonna be okay, Beck We have to keep moving now It's our only choice Das ist krass Wie sich jeder anpisst In der Zombie-Apokalypse Fünf Tage später See anything? She better see something We've been walking for a damn week We've got to find some shelter Da oben? Da können wir sogar hinfahren Ne, Strom gibt's da wahrscheinlich nicht, ne? Da ist auch nur eine Hütte Komm, wir gucken mal There's a little house by the bridge How big is it? It's pretty small Here, it's a big deal But we're almost out of full We gotta save it There's a building on the mountain What's it look like? It's big That sounds like a good place to spend the night There's a lift or something Chairlift? It must be that ski resort I've never been skiing Beck and I went once It wasn't pretty Was haben wir noch? Ah, die Prucke There's the bridge And does it look passable? I think so Good We have to cross that bridge Let's go Hold on now We can't all go sprinting across that thing, okay? We get spotted out there We're gonna be trapped Going around that lake will take too long Right, but Look, we've got no idea who's out there Okay, I'm gonna sneak across Make sure it's clear before we bring the whole group over You think splitting up the group is a good idea? Well, I never said it was a good idea But it's better than risking everyone at once What's your plan? Clement, I can scoot across low and slow Make sure nobody's waiting for us on the other side We'll have a tough time covering you from back here Well, we'll just turn back if it gets hairy Clementine should stay here She's... She's what? She's just a little girl, Luke She's a valuable little girl I mean, hell If she can sew up her own arms She's fit to cross a bridge I can do it See? No problem It's gonna be fine Okay, we'll signal you guys in ten minutes Just watch for a light at the far side I can go too You stay with the group I'm fine, Luke I don't like this Yeah, well, when's the last time you liked anything, Carlos? If something happens, I'll cover you Come on Hey, uh, sorry about that I just... I could really use your eyes And right now, I don't trust Nick to tie his own shoes They're just still on edge after the Carver thing It's been five days Why would Carver still be following us? What's the most important thing in this world? What does everyone want? Even the gangs You know, what do you think they're all after? Safety? Close Listen, what's the one thing a guy would walk hundreds of miles to get back? Food Nope Come on Clem, it's family It's a tough world out there without people you can trust Anyways, you can ask Rebecca, okay? I'm not gonna get in the middle of it We've all made mistakes Done things that we regret It's not my place to talk about someone else's past, you know? Wir sind schon mittendrin Seems like we're already in the middle of it Tell me about it Hmm Can't shoot them Too much noise There are only two Let's take them I like your style I'll take the big one You get shorty Wish we could use guns We should be okay Got it I'll take the small one Good Let's do it Okay, let's get slow Go ahead Give us a good pull It should come free I know I've done this before, remember? In a shed Nice work, kid Au Der Lee war ein bisschen kräftiger, ne? Da ist noch einer von hinten Shit Whoa Clem, I'm okay I just, I'm stuck Oh Clem, I can't reach It's okay Clem, look, we'll figure something out Behind you Oh shit Come, come Ich muss mir ins Bein hauen Wow Oh Nein, 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 nein Oh Ich kann's den Hammer fallen lassen So, komm, jetzt schieb sie doch rein What the fuck What the fuck Come here Oh, wirklich ist er noch da Here, give it here Thanks, Clem Let's keep going Ich steh normalerweise nicht so auf Quicktime-Krams Aber es hat gut geklappt You see him Yeah Just play it cool And you do the talking What? Why me? I don't want to get in a fight You really think he chewed a little girl? Just don't make any sudden moves And don't piss him off And don't tell him anything Is he with Carver? It's hard to see I don't think so Okay, er schick mich for Well, who are you? Well, who's asking? I am I'm Clementine And this is Luke Clementine and Luke Huh You don't look like assholes Are you assholes? No offense or anything But you know how it is out here You run into a lot of assholes We're just people Fair enough You folks headed north Like everyone else? Everyone else? I see at least one group a day Move through here You all look the same It's like a great migration Of the dazed and confused Have you seen someone named Krista? Krista? Maybe Really? No, I mean A lot of people come through here I don't know I gotta say You two look like shit If you need food I've got some canned stuff In that station back there Well, that's uh Awful nice of you What's the catch? No catch I've got plenty Well, alright then Thank you Hey, no problem Nice running into friendly faces out here Like I said I've got food and supplies Back in the station And if you Want What the fuck, man What the hell is he doing? Hey, that's right Do you know? No, 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 no He's with us Nick! No! Don't shoot! Did I hit him? Where is he? I told you not to shoot What? Who was that guy? Why didn't you wait for a signal? He was going to help us How do you know? Damn it, Nick I told you not to shoot How was I supposed to hear you? You gave me a clear shot That shot rang out for miles We got to get off this bridge Let's go Das ist der Neue Wie hieß denn der Alte Der, der Der Ben Der Trottel Der bissl Trottelige Das ist der Neue Who the fuck Was that pet there? I don't know Looked like he had a gun on you That asshole drew on me He was about to shoot Oh, was he? I'm telling you, man He drew first That's not what it looked like to me Shut up, Nick What did you see, Clem? Was that guy gonna shoot? Fuck you, Luke You've been on my case the whole week And why do you think that is, Nick? He wasn't gonna do anything I know what I saw Either way You could have hit one of us Yeah, but I didn't Look I know Pete was close to you, Nick But you can't Don't fucking talk about him You think he was with Carver? I don't know I... No I don't think so He fell over He fell off the damn bridge? We have to keep moving I can't I need a minute Fine Luke, can I talk to you alone? Hey, Clem You got anything to eat? Beck's dying here Elvin, I told you I'm fine Sorry Sorry I'm out Wish we still had those juice boxes Yeah Me too That Man said he had food in the station Mind checking it out? Maybe we could spend the night here A little small for us though Sure Thanks, Clem Where did you go? Hand in the bag You know that we know We already met from the family auf der farm die uns auch fast freiwillig die hilfe angeboten hat mit dem habe ich eigentlich gar keine bock zu quatschen das ist ein lutscher machen wir trotzdem ich hatte zu kohle mom sounds weird when I said out loud huh Luke always used to push me I never wanted to go into business with I remember when he sold me on his big plan some fucking plan K Sabirian he just said Nick we're burning daylight that was that after six months we were flat broke I didn't care we were having fun I wish I was like him I wish I could just keep moving all the time I'm just not built like that I'm sure they're talking about me right now look he's becoming a danger to the group who was that guy I swear it looked like he was holding you guys up I figured he was with Carver he seemed nice damn if Alvin is in front of me he takes a shot what a fucking mess maybe I am losing it I don't know anymore god I'm hungry what time is it anyway damn damn what's wrong I left my watch back at the cabin it was Pete's he gave it to me haha I found it back at the cabin let me grab it what really thank you this means thank you Clem you know what I'm gonna go talk to them okay then let's go in okay then let's go in it looks like the last time full out true 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 cinema good I don't see a key around here that man probably had it du hast doch den Hammer hier schlagt auf einen fühlt sich ziemlich gut gekauft das ist ein Idiot der schießt da den über den Haufen es ist tot ich glaube er hat hier geblendet ich glaube er hat hier geblendet ich gucke wirefroy wir könnten noch hier ah mit einem Messer er kann ich darin rum stochern Das ist aber nicht wirklich viel. Ich glaube, er hatte Essen. Mann, verdammt, Nick. Nick hat viele Leute verloren, das ist sicher. Aber das macht ihm keine Chance, um zu spüren auf zu spüren. Er hat versucht, uns zu helfen. Ja, und jemand stirbt. Ich bin kein Judag, aber das ist ein Verbrechen in meinem Buch. Ich meine, du kennst dich jemanden, wie das so tun? Ja. Was passiert? Eine Frau in unserer Gruppe. Erste Staffel. Erste Season. Das ist lustig. Sie sieht nur wie du. Hey, Clem. Hier gibt es nicht viel Essen. Und Rebecca... Sie hat auch für zwei. Du denkst, wir können das nur zwischen uns halten? Ich liebe es sogar sagen. Du weißt, aber... Und ich würde nie gegen die Gruppe gehen. Aber ich muss Bec in das Baby zuerst. Ich will nicht für dich lieben. Entschuldigung. Ich sollte dich nicht in diese Position haben. Es ist ein Schade. Nick war ein guter Mann. Er ist noch ein guter Mann. Er hat es nur verloren. Gott weiß, wir sind nicht perfekt. Gott weiß. Ich bin glücklich, dass du hier mit bist, Clementine. Ich... Jetzt fange ich nicht an rumzulügen, da in der Gruppe. Was ist das denn? Walkers. Wir haben ein Problem hier. Ja. Wir sehen. Alles klar. Wir gehen. Losern. Fass uns gut drauf. Wie geht es? Wir müssen auf Wissen sein. Auf wissen? Wir sind auf der Straße fünf Tage. Nein, nein, meine Brüche ist fertig, sich vorsichtig zu sein. Es sieht nicht aus wie jemand ist. Verdammt. Jetzt steck dich fest. Ich schaue nach vorne. Ich gehe mit dir. Es wäre gut, wenn jemand da ist. Ich könnte wahrscheinlich eine bessere Sicht von oben. Es hat ihren Arsch gerettet, das Baumhaus. Aber jetzt wird sie immer vorgeschickt. Das Kind wird immer vorgeschickt. Oh, 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 you're fine, you're fine, just look at me, okay, you're fine. All right, just slow down, just for a second, okay? I know, I'm fine. Just trying to help. Geh mir nicht auf den Sack. Oh. Ist das ein Auto? Das ist eine Taschenlampe. Wo sind die da? Wir werden sie herausfinden. Oder sind das die, wie heißen sie, Carvas? Die Kava kommt. Der Kenny! Ich hab's gewusst! Noch in der ersten Staffel habe ich's gesagt. Das Tier! Ich nehme das als ein Ja. Diese Leute mit dir? Wir können innen sprechen. Der hat's geschafft, die Drecksau! Das ist ein Ja. 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 Und das ist ein Ja. Das ist ein ja. Das ist ein Ja. Das ist ein Ja. Mit Krista und Omid Und keiner weiß, wo er ist Wie hast du da rausgebracht? Ich versuchte, zu retten zu retten, zu retten. Dann wurde es in eine blöcke. Ich konnte die Kinder nicht helfen, aber ich bin rausgebracht. Eine lange Geschichte, ich bin glücklich. Real glücklich. Ich habe lange Zeit alleine nachdem. Und dann... Und dann habe ich Sarita kennengeler. Danke, Gott. Es ist toll, dass Sie zurückkommen sind. Sie sind alle zusammen? Clem, das ist meine Frau, Sarita. Sie ist nicht schön? Schön, dass du dich kennengelernt hast, Clementine. Hey, Walt, wo ist Matthew? Er ist noch da rausgekommen? Natürlich ist er. Na gut, ich beginnere Nachmittag. Carlos, richtig? Kannst du dich für ein secretes Missions? Stay in sight, Sweetie. Kannst du etwas tun, um zu helfen? Wir können eine Hand von draußen nutzen. Wir haben viele Supplieren zu bringen, bevor die Wälder erläutert. Klar. Clem, warum kannst du mit Walt helfen helfen? Er ist ein Kuchen. Hey, Clementine. Du bist gut genug? Ja, danke. Du bist gut. Wollen Sie mir helfen? Wollen Sie einen kleinen Essen machen? Wie kennst du Kenny? Er und Sarita waren sehr großartig. Matthew und ich nicht wussten, was hier in der ersten Woche zu tun. Aber Kenny... Er ist niemals schlafen. Wir sind alten Freunde. Ich kennenzuliere ihn nachdem, wenn es passiert. Er war mit Lee? Ja, er hat uns nur ein wenig gesagt gesagt. Es kommt schon klar. Ja, er hat uns nur ein wenig gesagt. 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 Ich nehme das als ein Kumpel. Danke. Almost done. Would you do me the honor of tasting the first course madam? Das sieht komisch aus. Kommen wir. Ich gucke mir alles mal an hier. Bisschen Mucke. Sollen wir die reintun? Na, passiert noch. Kommen wir suchen beide. Ich habe noch nie gesehen, dass ich dieses Mal gesehen habe. Es ist meine Lieblings-Kritte. Was ist es? Na, es geht um ein König, der zu einem pooren Mann bringt. Der König und seine Servanten marchen alle Nacht durch eine colde Winterstorm, um die Mann zu erreichen. Der Wind ist sehr stark. Nach einem lange Zeit, es wird so cold, dass die Servanten nicht weitergehen können. Aber der König sagt, dass die Servanten einfach in seine Träcke geht. Marken meine Hand, scooten meine Seite, treten Sie in sie. Klemm, wir können ein paar Hilfe nutzen. Hier, Sarah. Du gehst das hier und sie auf dem da. Du kennst den Kenny vorhin. Es ist unglaublich, ihn wieder zu sehen. Als ich ihn kennenzulernen... Ach, er ist jetzt so anders. Aber du musst dich sehr glücklich sein. Koksing? Was ist Koksing? Warum müssen wir alle Koksing sein? Wo sind die Taschenlampen? Okay, lass mal nach oben gehen. Da können wir bestimmt die Treppe hoch. Gleich. 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 Ich hatte einen kleinen Tag, der wir dann. Wir müssen uns rauskommen. Wir können uns sicher. Wir können uns sicher. Wir können uns sicher schrauben. Wir können uns sicher. Wie glauben Sie wie sie sind? Ninjas? Clem, Luke sagte, dass du ein paar Leute in der Valle gesehen hast. Leute? Da unten? Wie? Sie hat eine Binnokulierung, Genius. Ja, ja. Ich denke, jemand hat uns folgt. Wie weiß du das? Wie weiß sie das? Wir müssen uns sagen, dass sie da sind. Wir können keine Chance nehmen. Wir bleiben bei der Nacht. Aber wir sind hier sicher für heute Abend, richtig? Clementine, du sprachst mit dem Mann Walter, richtig? Was hat er gesagt? Du hast ihm nichts über uns gesagt, hast du? Wir müssen uns bemerken. Sie könnten etwas schütteln. Was ist falsch. Sie haben das gleiche Koffer, die wir in der Station gefunden haben. Was? Das bedeutet nichts. Es könnte sein, dass es nicht verletzt wurde. Was, wenn es nicht? Schau, ich weiß nicht, was dieser Mann sagte, wir stehen hier heute Abend. Geh mal mit dem anderen, sie glauben Sie. Versehen, was du findest. Ich gehe nach Luke. Honey, ich fühle mich nicht so gut. Beck, was ist falsch? Ich brauche nur etwas, um zu trinken. Du hast es. Ich werde gleich zurück. Tja. Ne, wir reden. Ich mag erst nochmal zurück. Geh zurück. Okay. Komm, wir machen den Engel drauf. Das hat die andere so gerne, ne? Die Sarah. Das ist ja jetzt erstmal wichtiger. Okay. 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 Das ist ja jetzt. Schön. Ich liebe diese Zeit. Du wißt du, als deine Freunde hier sind, den Ort beginnt zu fühlen wie ein wirkliches Haus. Matthew und Walter sind fantastische Leute. Es ist wirklich gefährlich sein, aber sie können nicht helfen. Du wirst, bis du mit Matthew treffen. Er ist ein wirkliches Charakter. Aber das erste Mal, wenn ich mich, er hat mich Rita callen. Also, ich hab ihn Maddy. Wo ist Matthew? Oh, er mag, um langer Gehen zu gehen. Er und Walter haben hier eine Vakation gearbeitet. Er sollte bald wieder zurück sein. Das war der. 100 pro. Ich wollte dich fragen, kann er sich anders aussehen? Ich habe ihn nicht vorher kennengelernt. Und, naja, ich bin interessiert. Er hat gute und schlechte Tage, wie alle anderen. Aber letztendlich habe ich das Gefühl, dass er sich beschäftigt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh. W-Well, lass mich wissen, ob Sie das tun. Also, Sie drei sind beschäftigt. Kenny, ist es nicht großartig? Ich habe ihn. Ich denke, ich kann es gestalten, Ken. Ich habe ihn gesagt, ich habe ihn. immer muss, der Herrmann zu spielen. Aber ich werde dir sagen, wenn ich ihn kennengelernt habe, konnte er nicht fliehen. Warum gehen Sie nicht, ob Ihre Freunde bereit sind, Clementine? Ich würde es gerne nochmal mit ihr da oben reden. Ich glaube, das war auch die im ersten Teil, wo wir erfahren haben, dass die irgendwie ihren Mann betrogen hat oder so. Das mit irgendeinem anderen rumgemacht hat. Du bist okay? Ich habe ein bisschen Angst. Ich kann mich selbst nicht auswählen. Wie soll ich ein Kind auswählen? Ich meine, wie kann jeder jetzt jemanden? Ich denke, es ist möglich. Wie Sie wissen? Na, ich bin noch hier. Ich weiß, es wird schwer sein. Aber gleichzeitig, ich fühle mich schon ein bisschen weniger lonely. Weil ich weiß, dass egal, was passiert, ich werde jemanden treffen. Sie ist kicken. Wollen Sie hören? Das Essen schmeckt gut, huh? Es ist okay. Gross. Ich glaube, es ist, nicht es? Das habe ich gemeint. Whose ist es, dann? Wenn Alvin herauskommt, er wird mich töten. Ich weiß nicht, was zu tun. Ich kann nicht glauben, dass ich eine kleine Mädchen für Tipps aske. Aber ich glaube, nichts ist anders. Ich weiß nicht mehr. Er wird dich nicht töten. Er wird dich nicht töten. Da ist mein Mann. Du bist okay, Baby? Ich bin okay, du big Dope. Ich muss nur ein bisschen Essen in dir nehmen. Danke für dich mit ihr, Clem. Ich bin okay, ich bin okay, ich bin okay. Wo sitzen wir uns jetzt hin? Zum Kenny oder zu ihm? Da bleib ich einfach stehen und warte bis sie fertig sind. Ich setz mich zu ihnen. Was ist das Problem mit deinem Freund hier? Ja, wir waren gerade über das Kenny. Was machst du von ihnen, Clem? Sie sind sehr akkommend für ein paar Leute in einem großen Haus. Der Herr hat uns das noch nie gemacht. Ich sage nur... Es ist ausreichend. Jesus Christ, du bist ein verdammter Knutnick. Nun, es ist ein Zeitpunkt, aber er sieht ein bisschen anders. Ja, das passiert. Ich meine, ein Mann hätte gesehen, all kinds of shit. Keine Ahnung, zu konklusion zu gehen. Walter sagte mir, dass seine Familie stirbt. Das ist schrecklich. Ein Ding wie das kann einen Mann ziemlich schwer unterbauen. Er hat seine ganze Familie verloren? Er hat seine Frau und Kind. Er hat ihn ein wenigstens nach dem. Er hat ihn nicht verloren. Er hat ihn nicht verloren. Er hat ihn nicht verloren. Also... Er hat ihn nicht verloren. Wer hat ihn verloren. Er hat ihn nicht verloren. Peaches and beans. Great for nutrition. Not too great on the way out though, I tell ya. So, it's Luke and Nick. Luke and Nick. You guys sure do look like a match. What's that supposed to mean? I'm just saying you look like good friends. That's all. So, what was your plan here? Hold out for the winner? Actually, we were thinking of moving on. Somewhere up north. You ever heard of a place called Wellington? Wellington? The hell is that? A place. What kind of place? A good one, Einstein. Yeah. Krista and I were going there. Supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan. Think about it. Fresh water, lots of land, and cold ass winters so the walkers get slow. Sounds like bullshit. Listen, Vanilla Ice. I don't know what your deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. That'd be just fine by me. What's the deal with these guys, Clem? Hey, fuck you, buddy. It's fine, Nick. We're not staying. She's staying. What? Excuse me? Please. Don't fight. Gentlemen, please. There's no need for this. Now, look. We've all had a long day. Please eat. Pass me that can, Duck. Duck? Who's Duck? Duck was his son. Hey, Clementine. Would you lend me a hand outside for a moment? I'm sorry about that. You know, I used to be a teacher. And I remember what it's like to be caught in the middle of two clicks. I suspect they'll find common ground soon enough. It may take a little time, but that's just how these things work. Everything will be fine. Listen, relationships are like any machine. You don't throw them out when they break down. You get your hands dirty and you grease the wheels. Everything will not be fine. Do you really think everyone can just get along? They say the world is over, but I'll tell you a secret. It's not. People are more political now than they ever were before. In the end, we can't change the world. All we can do is continue to learn from each other, to empathize and use our heads. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Steinbeck. Have you read him? Well, we have plenty of time to catch you up on your reading. My partner Matthew is amassing quite the literature collection. I think you'll like him. In any case, the point is, as long as we have our wits about us, we can always make the right choice. Right? It's never that easy. What's the matter, Clementine? Is there something you want to tell me? You can talk to me, Clem. There's almost nothing you can tell me that would surprise me. I can promise you that. I'm worried about your friend. I think that... Don't worry. Matthew will be back soon. And everything will be fine. But I think... Hey kids, what are you two talking about? Oh, politics. The hell? Being from Florida, I would imagine you know all about politics, Kenny. Man, I know one advantage living in the apocalypse is not dealing with that shit no more. I was just going to check the windows round back before this storm hits. Give us a hand. Sure. Miss? Please. Do you have any food? Are you okay? I saw the house and... I have a family. We're starving. We live down there. Of course. Why don't you come in, Miss... Bonnie. Walt? I don't know. You're just going to let her in like that? It's fine, Kenny. We don't know this girl. Then we'll have to get to know her. Right, Clem? Walt. How much damage can this poor woman do? Okay. She can't hurt anyone. Look at her. Thank you. Really, but that storm will be on us soon, and I gotta get back to my family. I'll bring something out to you then. You don't have to do that. No, no, it's fine. What about your people? We've got plenty. You stay put. I'll be right back. I have a little girl like you. How old are you, sweetie? I'm 11. I would've thought older than that. Here you are, Miss. This is too much. Don't mention it. I don't know how to thank you. Just help someone else down the line. Thank you so much. I'll be going now. You stay safe. You too. Clem, go on inside and get to bed. Walt and I gotta talk for a second. The gate sits up. Clementine. Don't freak out. Listen. Okay, I gotta tell you something. That guy on the bridge was Walter's friend. See, I knew something was off, so I asked Sarita about their friend. Now they're all worried he's not back yet. Where's Nick? I don't know. I don't think Walter knows yet. So we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he'd do if he found out. Oh my god. We have to tell him. We should tell him. He's gonna ask who did it. And you're gonna tell him. It's the right thing to do. It's right to get Nick killed, because that's what's gonna happen. Now, do you still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two together. It's with the other weapons. Okay, well, go get rid of it. I'll find Walter and run interference. Oh, and, uh, keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? Oh, uh, there's nothing, man. I just wanted to check it, see if you're okay. You coming to tuck me in? Luke. Hey, if there's something going on, I wanna know. No, just go back to bed, Nick. I'm serious. You guys can talk to me. I know. What, you don't trust me now? I just say something. Oh, Jesus. Oh, God. Goddammit. Hey, Nick, shut the fuck up. I can't, man. I can't. Do not fucking blow it. Blow it? It's over. I have to tell him, Luke. What? No, you can't. Hey, Nick, you cannot do that. Are you fucking nuts? I got it. I can't live with that on me. Okay, I hear you, but fuck. I mean, fuck, man. Do you know what he's gonna do? You don't know he'll do anything. Well, are you kidding me? Nick, you shot his friend. You should tell him. Yeah, yeah. Nick, I'm warning you. This is fucking suicide. I'll live with it. Jesus Christ. Jesus. I can't handle this. Look, Clem, just go do that thing. Alright. Jetzt bin ich gespannt. So lange es der Candy nicht erfährt. It's gone. Oh, oh. Der hat's schon. Walter? I always liked this knife. Gave it to Matthew when all of this started. I know he's dead. Who did it? Was it that kid? What's his name? Uh, Nick? Heard him talking earlier or something about shooting a man. I could see it. I could see it on his face. Wasn't sure then. But now? He sucks. It was us. It was our fault. Jesus. I, uh, I don't feel good. Nick shot him. Is, uh, Is Nick a good man? Or is he just like everyone else? Oh, my God. He's just not alone. Those fuckers that don't give a shit about anyone but themselves? He is. He's a good guy, Walter. He was always going out alone. I told him something like this would happen, but he wouldn't listen. No, Matt always knew best. What's going on? You need to tell him. Tell him what? What happened on the bridge? Tell me what you did. Just tell me, son. Tell me what happened. From a distance it looked like anyone. I thought he was going to shoot my friends. And I... I shot Matthew. It happened real fast. I didn't know if I hit him, but I did, and... I didn't mean to. Do you know what you've done to me? Do you have any idea? I didn't mean to. I'm so sorry. I'm so sorry, Walter. . Walt. What's going on? 1 Storm's got it spinning out of control that sounds gonna draw walkers. We got to shut it down now Hey, help me. Carry the guns guns And things a damn dinner bell Was war das denn? Verdammt! Der Transformer muss weg. Ich muss es bemerken. Ich kann eine Hand nehmen. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Nein! Es ist zu gefährlich. Der Rest, schau mal das Ding an! Ich gehe mit dir. Wer weiß, wie ich das mache? Ich kann es machen. Okay, ich schaufe dich. Nick, schau mal das Ding an. Okay, und jetzt? Ah, da ist ein Schlitz drin. Nicht schießen! Nicht schießen! Sie sind hinter uns! Hey, ich habe genau das Ding. Oh oh. Okay. Der. Oh mein Gott! Ich habe keine Munition mehr. Los geht's! Los geht's! Hol sie! Schnell! Oh, da ist sie. Schnell, schnell hin. Sie hat keinen Ruhmstoß, das Messer. Okay. Was haben Sie geschafft? Das ist ein guter Mensch. In der Erde. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Wie kann ich... Wie viele Leute? Wo ist Rebekah? Carver. Es ist schön, dass Sie auch sehen. Papa! Sarah! In der Mitte. Nein! Es ist Sie! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, wenn die jetzt mich sehen, das ist bestimmt... Schöne! 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 Woh-woh-woh-woh! Juna, Juna. Ich vertraue. Schnell weg, schnell weg. Der ist bestimmt der Vater von dem Kind von der Schwangeren. 100% oder? Ich werde nur noch einmal fragen. Wo ist Rebekah? Sarah, schau mal auf mich. Es wird alles gut sein. Es wird alles gut sein. Rebekah! 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 Unsere Baby braucht zu sein, in einem Ort der Sicherheit. Ich weiß, dass du da draußen bist. Alvin, Luke, und die Frau. Das ist wirklich einfach. Du willst das überrascht. Alle spielen gut. Und schau dir deine Gesichter. Mein Vater, bitte! Nein, Alvin. Wir müssen nach unten gehen. Ich kann das nicht machen. Bek, das Baby. Du brauchst einen Doktor. Nein. Wo ist Luke und Kenny? Wie soll ich wissen? Wir müssen uns helfen, Carlos. Der einzige Weg zu helfen ist, was der Mann sagt. Was für Luke und Kenny? Look at those guns. Wir starten schnauern und die Leute werden auf beide Seiten sterben. Ja! Clem kann wegnehmen. Find Luke. Was will sie machen? Und du hörst ihn? Carver weiß sie ist mit uns. Just stop! Don't hurt mein Vater, bitte! Wir gehen nach unten. Er wird dich töten. Fuck you! Shoot ihn! Somebody just shoot ihn! Clem, gehst du ihn. Er wird ihn töten, Bek. Er wird es tun. Er wird es tun. Er wird es tun. Er wird es tun. Er wird ihn töten. Er wird ihn töten. Rebecca, wir müssen uns geben. Bill, stop! Sie sind gut? Fuck! Fuck you, Bill. Fuck you, Bill. You don't wanna do this. Please, let these people go. Just, shut up. Clem, kannst du meine Hände erreichen? Alles unter Kontrolle? Clem, lass uns nur unsere Leute nach Hause, okay? Ich versuche. Ich probiere es. Kenny! Keine! Ich kann sie nicht sehen! Sieh sie. Alter! Alter! Hi, Alvin. You motherfucker! Alvin! Bill, no! Tell him to stop! Kenny, stop! You remember George, Alvin? You see, I do. I remember a guy that was your friend named George. I remember when you murdered him in cold blood. And why? Because you didn't like me? You could've lodged a complaint. You could've... Oh mein Gott, ich will nur helfen! Oh mein Gott, ich will nur helfen! Wo ist Luke? Endlich schreit und schreit, hm? Warum bin ich nicht überrascht? Ich habe dich erwähnt. Ich habe dich nicht überrascht. Und schaue, wo er dich hat. Aber du bist jetzt sicher. Wir gehen nach Hause. Als Familie. Okay, schreibe ihn auf. Wir gehen zurück zum Camp. Nimm jetzt alle mit. Oh mein Gott. Hi. Ich weiß nicht, ob wir können, Walt haben. Aber ich weiß, dass ein von uns nicht nur geflogen hat. Ja, ich weiß. Die Leute sind schrecklich über was passiert. Aber wir wissen uns, dass sie unsere Brüder und Schwestern haben. Und sie haben alle ein wichtiges Rolle spielen in dieser Gemeinde. Sie sind von der Kunde? Ja. Ja, das bedeutet nicht, dass sie sich nicht zurück in der Kunde zu bekommen haben. Das bedeutet nicht, dass wir es nicht in unseren Hörten finden, um sie zu retten zu retten. Aber wir wissen nicht, dass sie nicht zu retten. Aber wir wissen, dass sie nicht zu retten. Wir wissen, dass sie nicht zu retten. Wir wünschen, dass sie es hatten. Die Wärme ist auf der Weg. Das Finale! Also das Finale für die Episode 2. Guck mal, es liegt voll im Mittelpunkt. Also im Mitteltrend. Took Blame for Sarah's Foto. Ah, okay. Wir haben zugegeben, dass wir das Foto gemacht haben. Es haben 53% auch gemacht. 53,5%. Ah, guck. Da war ich bei der Minderheit. Die meisten haben beim Kenny gesessen, beim Essen. Und ich habe bei den anderen gesessen. Und wir haben dem Walter die Wahrheit erzählt. Das haben auch die meisten gemacht. Nix Fade? Okay, wir haben gesagt, dass er ihn vergeben soll. Gut. Haben wir gemacht. Entscheinen. Ähm. Ah, okay. Das war jetzt die finale Entscheidung. Wir hätten uns auch verstecken können. Ne? Dann wäre der Carlos sehr wahrscheinlich gestorben. Und die wären abgezogen ohne uns. Und wir wären dann mit dem Kenny allein gewesen. Wir hätten einen Kenny finden können. Da waren wir aber auch bei der Mehrheit. Obwohl es sich so gar nicht viel nimmt, ne? Halb, halb, fast bei allem. Okay, das war's. Das war, das war The Walking Dead Season 2 Episode 2. Und dankeschön. Sine. Snike. 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 Died. Snike. Died. Snike. Okay, dankeschön. Freut mich, dass ihr der Stream gefällt. Oder gefallen hat. Oh, warum stellen wir immer die guten, der Walter die arme Drecksau? Ich bin jedes Mal, okay, den Walter, den haben wir jetzt nicht so gut gekannt. Aber das war auch so eine Person, wo man gedacht hat, der ist nicht. Und bam, dann ist er tot. Das war zu kurz. Auf jeden Fall. Die Episoden von der ersten Season gingen etwas länger. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Spielzeit da war. Ah, das war zu kurz. Anderthalb Stunden? Das war zu kurz. Oh, girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the blind. In the blind where the sun... Die Episoden von der ersten Season gingen deutlich länger. Also da habe ich, glaube ich, drei oder dreieinhalb Stunden pro Episode gespielt. Und die jetzt, auch schon die erste, von der zweiten Season gingen wesentlich kürzer. Aber ich habe mich das letzte Mal vertan. Ich habe mich das letzte Mal vertan, als ich gesagt habe, das ist viel zu teuer für... Bei der ersten Season habe ich gedacht, ich habe den Preis bezahlt und jede kommende Episode kostet auch nochmal 23 Euro. Oder was ich auch immer bezahlt habe, um die 20. Aber du bezahlst sie 20 Euro. Oder 23 oder 25. Und dann kriegst du alle Episoden. Du kannst alle Episoden spielen. Also die wurde jetzt auch freigeschalten, ne? Zum Live spielen. Und die habe ich einfach so spielen können. Ohne irgendwie noch etwas drauf zu bezahlen. Also alle kommenden Episoden von der Season 2 sind damit inbegriffen. Welcher Typ mit der Machete? Ich weiß jetzt gar nicht, wen du meinst. Five Ahthey turned. Das ist der Typ mit der Machete. Heum Flecken. I auch愛他的說, Nach der Mitte nicht mehr kürzer ist, wenziell deineatte in die Mitte. Ich weiß nicht, wer du meinst. Zu dem, wo ich mich hier gesetzt habe, stimmt der meine Aufblick. Aber da hat ja noch einer gefehlt, ne? Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich schätze einfach mal, das dauert auch wieder drei Monate, bis die rauskommt. Telltale ist da ein bisschen... Du wirst sich da ein bisschen viel Zeit. Was schade ist, eigentlich könnte das monatlich rauskommen. Weil bis die drei Monate jetzt wieder rum sind, haben wir die Hälfte schon wieder vergessen. Von so Details. Aber okay. Was das ist, ist nicht. Gucken wir uns noch das Auto fertig an. Es kam mir vor, der Teil war extrem dialoglastig, ne? Der war extrem dialoglastig. Beim ersten hat man noch so ein bisschen unterm Haus ist mal rumgekrabbelt und hat sich... Was hat man sich abgesägt? Ne, man hat sich gar nichts abgesägt. Man hat sich selbst die Wunde zugenäht mit der Klemmtheit. Und lauter so ein Krams. Es war ein bisschen... Ähm... Interaktiver. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Gerade weil... Vorhin habe ich auch gelesen.